Miepe, der neue Stift von Maika. Es ist ganz ein normaler Stift, aber es hat ganz schön was drauf. Lass es uns doch mal ausprobieren. Sie brauchen nur ein Blatt Papier und ein Wort draufschreiben. Dann passiert was ganz Tolles. Das Wort, das Sie aufgeschrieben haben, ist dann da aufgezeichnet. Wäre es nicht toll, so einen tollen Stift zu haben? Jetzt nur noch um 5 Euro in Maikas Shop zu kaufen. Viel Spaß!